Einfach auf Deutsch umstellen und dann solltest kerben eigentlich. Ja. Gehts jetzt alles bei dir auch in Deutsch? Nicht alles. Wie nicht alles? Das ist okay. Das ist okay. Achtung Junge. Alles klar. Drei, zwei, eins, here we go. Let's go, draw it. Chris, wähl dein Wort aus, wähl es weise, bevor ich aus was muss. Choose your work. Choose your character. Wie geht das jetzt? Nein. Was? Ja Mann. Was? Nicht schlecht, nicht schlecht. Jungs, ich kann so oft raten wie ich will. Ja, ja. Not bad, not bad. No, Mr. T. Ach, ich bin dran. Ich kann mir eins aufsuchen. Ich hab langsam gemacht. Achso, Tana, oben in der Mitte steht auch immer für die Gesser. Naja, aus welcher Kategorie das ist, ne? Also da steht jetzt Piraten und das ist neun Buchstaben sind. Du musst dich ausmalen, wir checken schon. Ja, okay, okay, okay. Hört man mich wieder? Hallo? Ja. Ja, hallo. Wie krass war der eben, hä? Was? Tendus Ball. Hä? Was? Ähh. Welch lass dich checken, Digga.ックTiger. Ah. Was? Oh Mann ey, ich Ich war zu langsam, das war ich. Zweiter. Hä? Was? Ich kann noch nichts sagen. Komm da irgendwie noch nicht drauf, wow. Ach so. Hä? Oh Mann. Digga, mach doch ein Dollarzeichen oder so. Ja Digga, das hätt's gebracht. Ich glaub das hätt's gebracht. Hab ich doch gemacht. Okay. Hä? Warte mal. Jetzt. Ja. So und nicht anders. Ja Digga, ich weiß nicht was ich jetzt hier noch, ob ich hier noch irgendwie sowas sowas machen soll. Was ist das denn für eine Scheiße? Was ist denn da? Ja okay Digga, ich mach das weg, ich mach das weg. Ich mach das weg, ich mach das weg. Einfach hier so ne, ist ausgemalt, Jungs. Ihr checkt schon, ihr checkt schon, ne? So es gibt da, ne? So hier, es gibt noch. Ja ja, alles gut. Alles klar Digga. Saphir? Keine Ahnung Digga. Alter, ey. Ohne Scheiß-Monte über die Pokémon-Version haben wir vorhin gesprochen. Wie sieht Saphir aus, in welcher Form? Ich weiß das gar nicht. Sehr gut. Danke, danke, danke. Wer hast du Linie gemacht, ich fuß schon. Aber ich hab auch drauf gepocht, dass du das als erstes machst, ey. Ich glaub die Pokémon-Edition Saphir, die war rot, glaub ich. What? Jaja, rot. What? Aber in welcher Form? Das war so ne kleine, das war so ne schmale. Wissenschaft, okay. Seid nicht langsam, oder? Das war gar nicht. Ja Junge, das soll halt auch. Aber ohne Scheiß. Jungs, ich sag euch wie es ist. Wer kommt da nicht? Wer kommt da nicht? Wer kommt da nicht? Wer kommt da nicht? Ja. Das Ding hier an sich. Was ist das? Oh mein Gott. War ich erst da? Ja. Oh Mann ey. Close Call-Tunnel, Close Call. Oh Mann. Will mir aber auch schummeln, ne. Dass wir die ganze Zeit reden dabei. Eigentlich darf der Maler gar nichts sagen, ne? Ja. Hab ich auch eben die ganze Zeit gebabbelt, ey. Er hat ja auch nur gesagt, hier kommt nichts mehr. Er hat ja nicht gesagt, was das ist. Er hat gesagt, das hier halt, das hier halt. Ja. So geht ihr, was ihr auch sagen könnt. Digger. Ja, aber Chris, was soll ich da noch mehr machen? Ja. Ja, aber da ist auch Wissenschaft, Digger, da hab ich eine ganz andere, Hemisphäre gedacht als das, ey. Wir werden gleich nochmal eine Runde spielen, wo wir die Themen auch ein bisschen auswählen können, weil ich hab gerade alle Themen, die es gibt, mit reingenommen. Rauch ist halt. Ja, das Ding ist, die Themen stimmen ja nicht immer, ne? Was hatten wir mal? Natur? Und dann war das... Ja, ja. War das irgendwann... Keine Ahnung, ey. Also wenn das jetzt jemand da redet, ist... Äh, äh, äh. Äh, äh. 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 So nämlich! Was redest du? Was redest du? Hä? Oh mein Gott. Was, was Chris? Digger ist das unfair. Haushalt, Digger, come on. So ein Macher. Ja, war nicht schlecht. Wer zeichnet gerade? Monte. Hä, Digger, Monte zeichnet gut. Monte, geh aufs zweite Board. Zeichnet das nochmal neu. Was? Das soll irgendwie Jahreszeit sein, aber egal. Ach du Scheiße. Ich hätte einen Kreis malen können. Also ich hätte einen grünen Kreis gemacht und dann... Ja, okay. Ich den ganzen Adventskalender, Adventskalender. Digger, das Problem an der ganzen Sache war jetzt... Äh, Junge, krieg das mal hin, irgendwie dahin zu klatschen, noch Co-Pilot oder sowas, weißt du? So Jungs, seid ihr bereit? Ja, ich hatte Co-Pilot noch als Wort. Achso. Wir haben jetzt zwischen einen Stopp oder was. Seid ihr ready? Wir sind ready. Das geht ganz schnell jetzt. Das geht ganz schnell. Achso, okay, so ready bin ich nicht. Okay. Schaff's auch schon. Also wenn das jetzt jemand dir redet... Easy! Nein, was redest du? Easy! Easy, Alter! Geiße, Mann! Alter, ganz easy! Oh mein Gott, ey. Gar kein Problem, Jungs. Digger, ich hab das schon wieder ganz anders wahrgenommen, Digger. Oh, wie geht das denn? Digga, was soll das sein? Ich will das auch machen. Monty! Diese drei Punkte unten rechts in dem Chat habe ich. Ahja. Scheiß drauf, Digga, skipp das. Ne, Digga, jetzt so easy. Also ich bitte dich. Ich kenn da gar nichts. Ja, er hat aber das Problem wie ich am Anfang. Ja, Junge macht... Ja, okay, okay. Alle haben es erraten. Junge, macht du so Rathass? Nein, 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 Bro. Alles cool, alles cool. Was soll ich sagen? Hätte ich erraten können. Advents kannst du auch nicht bad sein. Boah, Junge, wie lange ist das? Alles klar, Digga. Alles klar. Funktionale... Hausaufgaben. Hausaufgaben, Heft. Ist das ein L? Ich versuch 3D zu machen, okay? Oh. Oh. Äh. Was? Ja. Nein, 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 nein! Ich hab mich verschritten. Oh mein Gott. Hä? Jo. Ey. Der erste Buchstabe hat es mir direkt verraten. Ja, krass. Was? Hä? Zack. Junge, ich komm nicht drauf. Leiii. Ach, neckmäßig. Es gibt das gleiche. Ich komm nicht drauf. Igur. Du Scheiße. Es war nicht schlecht. Ja. Trotzdem bitte. Beleidigung auf ein Minimum runterfahren, ne? Weil... Ich muss ja auch Dingsen, ey. Okay. Das ist nicht unser Problem, du Mann. Okay, alles klar. Ich muss ja die ganzen Delfingeräusche über Dingsen, okay. Okay, alles klar. Come on. Ach, Scheiße. Also Leute, ne? Ja. Jungs, das Beruf, das Thema. Das hättest du auch einfach... Da hättest du auch einfach einen Montel hinschreiben können, Jungs. Ja, das... Ich darf ja nicht schon zu... Dingsen. Da gibt's auch andere Wörter dafür, die nicht schlimm sind. Vollständig, ja. So, Picasso. Zeig mal, was du kannst. Picasso kommt, Digga. Dein Erd! Dein Erd, Igor. Äh... Was soll das sonst sein? Was? Was? Ja, wie denn? Wer hat das jemand daran? Nein, ne? Nein, okay. Doch. Wer? Oh nein. Wie denn? Ey, das sah es auch schon. Da kommt nicht mehr. Er malt nur noch aus. Ja, was soll da denn noch kommen, Digga? Hier. Hier ist noch so ein bisschen mehr so. Nein, doch Tequila daneben. Was? Hä? Danke für die Tequila. Was redest du über Tequila? Limette dachte ich... Ja, genau. Ja, das ist so bodenlos, du Alkoholiker-Taner, Digga. Also, ich wusste es halt auch, dass die Tequila... Aber trotzdem. Ich dachte an Gerichte, Digga. Ich denke, Limette, Digga, kommt Citrone. Hey, Junge, ist bodenlos. Digga, ist das crazy, okay. Oh Gott. Okay, okay. Hey, Jungs, ich sag euch ehrlich. Eigentlich ist es das Einfachste, was es gibt, Digga. Hä? Also, Fluss ist es hier offensichtlich nicht. Bruder, ich müsste eigentlich nicht was zeichnen, und ihr könnt nicht schon drauf kommen. Ich sag's nur so. Ja, krass. Ja, genau. Krass. Ah, 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 ah. Nein, noch nicht. Nein? Was redest du, Mann? Junge. Sag mal ehrlich, wie soll ich das denn anders machen? Nee. Komm, hör mir auf. Hör mir auf, du. Ich hab's doch gesagt. Hör mir auf, Digga. Mal doch einfach einen Pfeil, Digga. Wie sauer, ey. Geht's um alles, oder was, Digga? Ja, hä? Nicht im Ernst. Der ist so ne Respektlosigkeit. Doch, ich sag's doch. Einfach, wie es nicht sein könnte. Nicht im Ernst. Was? Das ist halt so ne Respektlosigkeit, ne? Digga. Holy F***, ey. Richtig reingehastet, diese... Digga, du hättest einfache Pfeil nach oben malen können, Digga. Wissenschaft. Okay, dann schreib ich erst mal hin, Wissenschaft, jetzt. Sicher ist sicher. Nein. 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 Keine Ahnung. Hä? Der cheatet doch, der Junge. Hacker. Was hast du das denn gemacht? Oh, Mann. Wie ihr am Schwitzen seid, ihr seid ja so am Schwitzen. Was? Ich mach mal erster, was? Nee, nee, nee. Oh, wie krass. Ja, unten rechts sind Tools, Jungs. Da könnt ihr auch so Quadrate und so nen Schritt machen. Ach, was. Zähl mir nix, du Cheater. Hacker. Fürs nächste Mal, wir wissen Bescheid jetzt. Oh Gott. Das kann nicht Natur sein. Warum ist das auch nicht? Das geht doch nicht. Wie geht das? Was? Was wie das aus? Was macht du da, Junge? Was macht du da, Junge? Hä? Keine Ahnung. Was soll ich machen? Oh. Ja, ne Blume, oder? Hä? Was war eine? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab an Tulpe gedacht. Ich hab auch an Tulpe gedacht, Gregor. Was soll der Scheiße? Oh mein Gott. Geil. Ey. Wer hat unsere Buchstaben? Sterben. Na? Also wirklich easy, der war gut gesagt. Danke. Ist das ein Schuh? Nein, Junge, das ist so easy. Ah, ja. Denk mal an das Wort, was da oben steht, Digga. Wofür das gemacht ist. Ich erkenne nur den Schuh, Digga. Ich erkenne nur den Schuh, Digga. Ich erkenne auch einen Schuh. Lotusblume hab ich dich genannt, als die Sonne... Äh... Sorry. Musik grad konzentriert. Leute, komm schon. Komm schon, Digga. Büroklammer. Scheiße. Büroklammer. Digga, Jan kommt da auf Instagram. Digga, das hat man doch gesehen. Alter Mann, was sind das denn für Wörter? Zeigst du jetzt halt... Oh nein! Er hat einfach einen rausgemäht. Jungs, ihr seid am Arsch. Salamander. Salamander ist ein gutes Wort. Jan erkenne Büroklammer in einer Sekunde, aber keine Rose. Junge, du hast ne Tulpe gemalt, Digga. Steuerung Z. Mal mal ne Rose, mal mal ne Rose. Ich mal ne Rose, ich mal sie besser. Ups. Was passiert hier? Alter. Links ist noch frei, deswegen. Ja, hab ich ja auch gemerkt. Jetzt das muss braun. Und dann... Oh, ich weiß hier, glaub ich, weil... Tierwild? Ja, die sind hier... Oh mein Gott, wie heißen die? Dann sind das so ne, so ne, so ne... Ey. Oder... Oh scheiße, wie... Wie heißen die Dinger nochmal? Oh nein! Was? Nein! Oh mein Gott! Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie heißen die... Der unbequerte Halt. Die schöne Zeit, der unbequerte Halt. Ja, crazy, aber das ist gut gemacht, Bro. Jetzt redet der auch noch. Ich wusste nicht, dass wir... Alex? Ellen! 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 Tana ich soll ja nicht. Save. Ach verdammt. Nein! Was? Haha. Sehr geil gemacht. Ich glaub nicht, dass der Damm... Scheiße. Digga, du warst so kurz, das haben wir schon erreicht. Wenn das irgendwie Dünndamm wäre oder so, dann niemand. Igor, was machst du da ganz hinten? Ja, Digga, ist nicht so meine Runde, ne? Nächste wird besser. Ähm, oh, okay, okay, okay. Sonne? Orange? Orange? Ah, du bist so generell ein Künstler. Eigentlich ist das voll falsch, aber... What? Orange. Khaki. Was? Was zum... Oder falls du denkst, du können nur... Wir können nur... Ganz falsch, Bruder, ich schwör. Gib mal Gas, Digga. Boah, er macht alles weg. Oh mein Gott. It's the same again, Digga. Ich f*** mein Leben. Wir hatten das einfach schon, Digga. Was soll das sein? Ich f*** mein Leben, Digga. Igor, das war eben das FL-Logo. Was ist das FL, Digga? Ich f*** mein Leben, Digga. Was soll das, hä? Igor, wir hatten das... Wir hatten das vorhin schon mal in ähnlicher Form. So dumm, Digga. So ein Wort. Ich bin so rausgeraden, sag ich dir immer. Du wirst ja richtig sauer sein. Ja, Digga. Aua, Junge. Aua. Aber was soll diese Kage und Orange in der Mitte? Junge. Ja, also ich hab nicht mitgekriegt, dass Chris gezeichnet hat. Sonst hätte ich drauf kommen können. Ah ja, danke, Alter. Na dann. Der Einzige, der Not lesen konnte, hat's nicht gemerkt. Oh. Ja. Also ich hab noch nie ein Tier gesehen, was so gut drauf hätte. Das kann doch gar nichts erkennen daraus, tatsächlich. Was? Soll ein Tier sein. Hä? What? Hä? Was? Nein, 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 nein. Ich... Nein, 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 nein. Was? Nein, hä? Du wirst geschrieben. Was? Was? War wirklich, wirklich stark. Sorry, dass ich irgendwas gesagt hab, der war stark. Aber Junge, das ist mit dem Haar, Digga. Hä? Macher. Alter, ist das scheiße, ey. Gib'n Like. Beeilung. Scheiße, ey. Muss ich nochmal ganz kurz den hier machen. So. Stadtleben. Ja, genau. Schreib das doch mal rein. Was? Okay. Ja, genau. Was? Was? Erstes eingegebene Wort, ey. Hä? Achso. 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 Achso, jetzt aber. Ja, okay, jetzt. Ja, okay. Was, Digga? Mann. Was? Aber was hast du... Ja, der Parkmann. Parkmann. Boah, Igel. K. Boah. Hahaha. Jetzt kommt Picasso, Jungs. Jetzt kommt Picasso wieder. Ey. Booten mit einem Tee. Oh, oh. Was? Ich f*** mein Leben. Also, offensichtlich ein Flugzeug, aber... Ich f*** mein Leben. Ja. Das ist eine bestimmte Art. Oh, Gott. Ufo. Jungs, das ist so... Also, wirklich so einfach gedacht. Ja, was soll ich jetzt schreiben? Was? CA7? Oder was soll ich jetzt, Digga? Check ich nicht. Ja. Ach, das ist doch die B12. Ja, komm. Ich mach Kohle drauf. Was? Tee? Sod. Äh. Tod. Lot. Fot. Fot. Jet. Oh, mein Gott. Mach doch irgendwie, dass man sieht, dass es schneller ist. Ja, mach Geschwindigkeit rein. Boi, Jungs. Ich bin euch. Er war sich auch so sicher, er hat nicht weitergezeichnet. Ja, also, ich klinge das schon. Ich hatte auch keinen Plan, was ich da noch zeichnen soll, Digga. Alleine dieses, ist auch noch so bestimmt, es hat mich komplett aufgenommen. Ich dachte dann wirklich, jetzt kommt nur noch auf die B12 oder so'n Scheiß. Wie soll ich das denn wissen? Na, was redest du? Was redest du? Na, hör mir auf, Digga. Was? Ne, Alter. Also, ich erkenne gar nichts, das ist noch gar nichts. Er kennt die Worte. Oh, natürlich. Komm, hör mir auf. Easy. Was? Ohne Haltung? Das, das f*** mich voll, dieses Oberbegriff immer. Ja, Digga. Na, komm mit echt, das ist Quark. Das ist kompletter Quark, Digga. Digga, das war ne stabile Runde. Chris hat mich überholt, safe, ne? Oh, so'n Scheiß, Digga. Mensch. Jungs, es geht ab hier. Ach, geil. Ich hab noch mal Arme gezeichnet. Ähm. Hä? Was? Digga, Chris, du bist so'n Schummler, ne? Das ist Geistesang. Wie bist du denn auf sowas gekommen? Ja, Igo doch auch, hä? Ja, komm, hör mir auf. Ja, ich dachte mir, Digga, wenn du das so schnell hast, dann muss es leicht sein. Okay. Nein, weil du halt einfach denkst. Ja. Unkompliziert denkst. Ja. Okay. Ja. Na gut. Wie kann man das machen mit diesem... Unrecht. Warum? Wie kann ich das ausfüllen? Mit dem Ausfüller, ja genau. Aha ja, okay, alles klar. Ja. Fertig. Wax. Freizeit. Freizeit. Oh. Verste ich aber auch nicht, warum das Freizeit sein soll, versteh ich nicht. Was? Ohne Sinn. Das müsste Natur sein oder so. Ja. Nee. Freizeit. Ich dachte nie wieder drauf. Ist doch dumm, Digga. Schon echt dumm. Ja. Am Ende? Hä? Hä? Come on, ich kann dich nicht machen. Mehr ist nicht drin. Ja, alles gut. Mehr ist nicht drin. Mehr ist nicht drin. Mehr ist nicht drin. Haha, ja. Ich hab das gar nicht gecheckt, Digga. Lieber. Oh, damnit. Digga. Tartner. Ich hab das gar nicht bewusst gemacht, Digga. Crazy. No. Ja das kann es ja nicht sein. Keine Ahnung. was sind wir in der ganz anderen richtung gelandet leute will er das weg machen dass es nicht da ist ja irgendwie sowas so in der art keine ahnung ich check ich check ich check ich check ich check doch der war gut der war gut aber gut aber das dreieck war komisch ja ich dachte ich mach das irgendwie so mit links dann dachte ich mir okay das hat nicht so gut ist es richtig gut da komme ich gerade nicht drauf das ist wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht gemacht mal irgendwie udo lindenberg an apache ich wollte es auch direkt singen habe ich gesehen haben noch nie alle haushalt das wort haushalt vielleicht haushälterin wir haben wir haben noch 68 sekunden ist gut mal hin da macht doch mal glotzgurken auf ist doch sogar fertig ist doch schon fertig sogar jetzt ja irgendein rohr anscheinend aber was für ich habe sogar noch am anfang gedacht aber dann habe ich zu rohr gelesen schon nein ich habe ich konnte nicht fertig schreiben chris hat auf jeden fall irgendwie dreimal erste gemacht er wird es abstand haben also ich hole den auch nicht meinen den burschen sein der geht eine runde schlafen schade was geht es los was das passt ja nicht rein nein was redest du was redest du das kann ja auch nicht beschwert sein ich brauche eine neue tastatur junge ja ich weiß nicht das zweite wort kann es sein dass du dumm bist oder sowas ja ja war stark war stark rufe der ball sieht aber fresh aus ich weiß das zweite wort nicht was was kommt denn nach baseball leute ach so der pfeil haben wieder pfeil der hat eine schöne halbplätze ist das so belastend der hat einfach eine halbplätze ich kann mich schon gar nicht mehr richtig konzentrieren ok ich mache jetzt ernst du jungs ich mache jetzt ernst ok jetzt mache ernst ich habe mir was gezeichnet chris digga hör mir echt auf igor hat das auch ja komm «jehm» 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 « nhi» «jehm» «sos h truthful » «jehm» « sproutlas mal absolut » «jehm» gespielt. Also, kennt ihr die Morte. Seht ihr das während ich noch zeichne? Seht ihr das? Ja, ja. Ja, okay. Digga, was? Ja, okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Ach Gott, das ist so lange, ey. Oh, ne. Sollte einfach sein, eigentlich, hoffe ich. Ich mal als ein abgespeckter Form, Jungs. Das müsst ihr wissen. Weißt du was? Ich weiß das nochmal, digga. Ich weiß nicht, wie man's nennt. Ja, stimmt. Ich weiß jetzt, was es ist, aber ich weiß nicht, wie man das nennt. Hä? Ich bin dafür zu dumm. Wie nennt man das nochmal? Ich glaube, ich hab's. Ja. Wie nennt man das nochmal, Digga? Oh. Oh mein Gott. Jetzt hat die Frau einmal die... Ja, das ist... Das ist richtig... Auf der Periodentabelle war ich nah dran. Jungs, da steht ein System hinter. Igor, Tana hat es doch nicht. Ja, ja, danke. Der Periodentabelle war stark, jetzt kommt Igor. Aber ich weiß nicht, ob die Zeit... Ich wusste direkt am Anfang. Ja, ja, ist klar. Ja, ja, ja. Erzähl das wie man das. Okay, okay, okay. Du kriegst auch wieder erst, ne? Oh mein Gott. Ich hasse... Zwei Wörter, Jungs. Zwei Wörter mach ich hier. Zwei Wörter? Ich weiß es. Nein, 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 nein. Stark. Sehr stark. Chris war nah dran. Ich wüsste halt nicht, wie ich das sonst... Winter. War wirklich stark. Hat Chris das gehabt, ne, oder? Ne, Chris hat Eisgarten geschrieben. Ja, wollte ich auch schreiben, aber das passt ja noch. Jungs, Jungs, Jungs. Nee, Mann. Ich wüsste gar nicht, ey. Aber es ist Winter, ist mir echt nicht eingefallen, ey. C... Oh. Was? Nee, ist es nicht Croissant? Was? Ach, ey. Chris, Digga, Mann, ey. Das Tier hat mich gerettet. Was? Ah. Igor. Ich sag ja, Chris muss es schaffen, dann schaff ich es. Nein, Digga. Ich verliere. Ich verliere. Ich verliere. Ich schaff das nicht. Ich werd letzter dieser Runde noch. Ich hab keine Ahnung, Digga. Das hat Jan schon gar nicht mal so scheiße gemacht, muss ich sagen. Digga, ich weiß nicht, was er was machen soll. Nein. War das irgendwas wie Cookie? Cupcake. Cupcake. Oh mein Gott. Ja, Digga. Einfachste Wort, was ich hätte haben können. Hättest du nicht gesagt englisches Wort, Chris wäre nicht drauf gekommen. Ich hab das nicht mal gehört. Hättest du jetzt sagen, Chris kann ja kein Englisch, oder was? Ja, das möchte ich so unterschiedlich andeuten. Ja, Cupcake, komm doch nicht in der deutschen Runde auf das Wort Cupcake. So ein Vorsprung, ey. So Jungs, seid ihr ready? Das ist ein ganz schnelles Wort. Ja, Eilo. Ihr müsst jetzt richtig auf die Tasten hauen, ne? Seid ihr bereit? Ja. Ich kann doch kurz warten. Mach, mach, mach. Ja, mach doch. OAAAHHH! Ist das geil. 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 Ist das geil, Digga. Ist das geil, Digga. Ich hab die kurz verschrieben, Digga. Ich kriege ich auch Punkte, wenn ihr das erzählt bei mir? Ja, ja. Ja. So. Was redest du? Ah, wie heißt das? Mein Gott. Hä? Hä? Wie, wie heißt das? Ja, Digga. Das erste Wort ist Tandem auf jeden Fall. Tandem was? Tandem was? Ist das Tandem? Es muss Tandem sein. Digga. Ja, scheiße. Es muss Tandem sein. Was? Ist das nicht Tandem? Nein. Ihr schummelt. Ja. Igor, Junge, what? Oh mein Gott. Digga, Monta, du hast das Richtige geschrieben. Der Rad? Oh, der Rad. Oh mein Gott. Schade. Ja, 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 ja. Schade. Oh mein Gott. Okay, ich mach das. So, 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 so. What? Ey, Chris, Digga. Was? Chris kennt die Wörter ausländisch, Digga. Der steht Fentersee. Ich probier halt rum. Wehter Hut auf jeden Fall, muss ich sagen. Ich hab's versucht. Ich hab's versucht. Also wirst du schon mal, ich spiel nie mit Chris zusammen. Ja, echt nicht. Chris ist das jetzt mal, dass du zu erklären wurdest. Okay, alles klar. War cool mit dir, was war's noch. Lef mal, bevor du endest. Dann hast du gewinnt. Dann wird ich gewinnt für mein gutes YouTube-Video. War am besten. Guck mal, was wir gestern hier raus haben, ey. Hast du schon wild? Fängt wild an auf jeden Fall. Kannst du ein bisschen chicken wings sein? Ah. What the fuck? Nein. Nein. Oh Mann, ist das crazy, Mann. Also ich hätte gedacht, Monte erkennt dich schneller. Ja, halt egal. Pluraltana oder Eins oder Singular. Weiß ich, wie's geschrieben wird. Weiß ich, wie's geschrieben wird. Okay, Monte, aber ich brauch's nicht mehr weiter. Singular, Singular. Eins und halb, Monte. Junge. Mal doch nur einen. Mal doch nur einen. Mal doch nur einen. Wenn er einen gemalt hätte, wäre niemand aufgekommen. Das jetzt zu malen, das wird sehr sehr schwer für mich. Beheilung. Birne. Orang. Ja, hör mir auf. Ah, jetzt Creme Brulee, ne? Was? Wer hat's? Wer hat's? Igor? What? Oh mein Gott. Ja, Chris. Das ist dein Ende, Chris. Danke, John. Danke, John. Nein, er hat's jetzt. So viel dazu. Ja, war klar, dass er's jetzt hat. Schlober Bursch ist das. Na, wie viel Abstand haben wir? Zwölf. Kann ich ja noch aufholen. Ich hol dich noch. Ich hol dich noch. Crazy, YG. Wer war dein Letzte gerade? EG, oder? EG. Ah, okay. Ich bin ein Quotaner. Du kleiner Dreckiger, Digga. Jungs, das krieg ich nicht hin. Das krieg ich nicht hin, glaub ich. Scheiße. Dann ist das so. Ja, scheiße. Ich hab nur Minuspunkte für dich. Das passt schon. Nein, ist es nicht. Das ist wie ein Hund. Boba Kurwa. Ja, der wird tot. Ja, perdole. Was zum? Er ist tot. Er wird gefressen. Nein, 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 nein. Beschreibe uns, wie er gestorben ist. Oh, oh. Stammes. Kada... Oh. Danke, Tana. Ich hab's geschrieben, das kann ich nicht sagen. Danke, Tana. Ernstiger. Ich kann nix. Ich kann dir nix sagen, Jungs. Ich darf... Chris keine Punkte geben. Nee, du blinder... Ach, Junge. Ich bin nicht drauf gekommen, wie man schreibt, ey. Junge. Wie krass, dass ich drauf gekommen bin, Digga. Ich weiß auch nicht, was das für ein Tier sein soll. Ja, ist scheißegal. Ich hast du gut dargestellt. Ich hab nur Schere, aber da gab ich mehr nicht. Das sieht aus wieder wie ein Garten. Was? Was? Ah. Nee, hör mal auf. Dieses... What? Dieses... Ah, das macht mich verrückt. Irgendwas mit weh, ja. Garten... Gartenwind. Was? Monte. Alter. Zwerg. Digga, das kannst du noch nicht erkennen. Alter. Ja, das war schon nicht scheiße, Digga. Das war schon eigentlich ganz gut, so. Das war auch falsch, sorry. Ja, stellt euch den Rest bitte vor, ne? Ach, scheiß die Wand an, Digga. Ich krieg's nicht ordentlich hin, ey. Ah, egal, 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 egal. Oh mein Gott, ich kann nicht malen, ich schreibe malen. Was? Eins, vier, drei, vier, drei, 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 eins, acht, eins. Das hilft nicht weiter, aber ich mach was anderes. Geht nicht. Das ist das einzige, was ich dazu machen kann. Ohhhh. Wie hast du denn so ein Wort, Junge? Hä? Verständlich für mich. Das ist auch verständlich. So Doku, du dreckiger, ich kenn dieses Spiel nicht mal, Junge. Was? Du kennst SoDoku nicht? Dafür kann ich doch nix. Nein. Der hättest es ja nie im Leben erraten, hätte ich ja sonst was zeigen können. Ja, Digga, Chris hat gewonnen. Da getan er, ey. Ja, was? Alter, ja, ihr könnt mich mal, Digga. Ja, wieder dieses Singular, Digga. Sonst wär ich erster gewesen. Digga, wie schnell ihr schreit, holy. Jetzt wollte der Letzte. Ja. GG würd ich sagen, ne? Und du könnt sogar, äh, Chris könnt sogar alles gar nix schreiben, wenn wir trotzdem würden. Du könnt sogar auf Clou gehen jetzt. Ja. Krater. Jungs, das wird nicht mehr als das. Jungs, ey, kein Problem, Alter, kein Problem. Was? Erzähl mir doch nix. Ich hab dich dran. Hä? Was? Guck mal, Tana ist kein Loser. Hä? Tana ist kein Loser. Chris hat's auch. Alles klar. Ja. Versucht mal, außerhalb eurer Loser-Seite zu denken. Ja, ja. Gartgetaner, Digga. Das ist ja... Also, für mich, das ist echt wack gezeichnet, Bro. Hat ihr das erraten? Hat ihr das erraten? Hat ihr das erraten? Weil es fünf Buchstaben waren, ja. Ja, aber ihr das erraten? Ich hab null Punkte bekommen, als ich gezeichnet hab, Digga. Das ist crazy. Vorsprung von... Nein! Digga. Digga. Gar kein Problem mit uns. Ein Buch, Junge. Mach den freshen Dritten, alles gut. Ein Buch, Junge. Ege wird gar nicht angezeigt, Digga. Das ist geistisch krank. Das ist echt geistisch krank. Nicht mal Sieger-Uhrkunde bekommen. Teilnahme-Uhrkunde wurde nicht ausgestellt. M tidak. In です Sabbath to Kalểilm gesund. Im Geggaan, 토 Bock. qui Joinangen. ве vanilla klinien. Zwischen 붙.